Jetzt, wo es so langsam auf den Frühling zugeht, besteht bei vielen Personen der Wunsch, eventuell ein paar Kilo zu reduzieren oder für die Aktivitäten der wärmeren Jahreszeiten, wie zum Beispiel Schwimmen, Velo fahren, Wandern gehen, gerüstet zu sein. Auch bei den Teilnehmern unserer Präventions- und Rehabilitationsprogramme ist es so. Die Teilnehmer unserer Programme kommen aus unterschiedlichen Gründen zu uns. Das kann eine Herz- oder Gefäßerkrankung sein, das kann eine Diabetes- oder Krebserkrankung sein. Aber auch Patienten mit Übergewicht oder zum Beispiel angeborenem Herzfehler werden von uns betreut. Zentral in unserem Programm ist die körperliche Aktivität. Um hier den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Diagnosen unserer Teilnehmer gerecht zu werden, bieten wir in unseren Gruppentherapien unterschiedliche, vielseitige, abwechslungsreiche Trainingsformen an. Das kann zum Beispiel ein Ergometer-Training sein, Gymnastik in der Turnhalle, Nordic Walking, Wanderung, Krafttraining an Geräten, Entspannung und Wassertherapie. Wassergymnastik bietet eine gute Alternative zur klassischen Aktivität in der Turnhalle. Im Wasser können gezielt Kraft-, Ausdauer- und Koordination geschult werden, ohne dass die Gelenke zu sehr belastet werden. Der Wasserwiderstand kann außerdem als effektives Mittel für Kraftübungen, das heißt für Muskelaufbau, genutzt werden, wodurch natürlich auch der Energieumsatz in Ruhe gesteigert werden kann. Weitere Vorteile sind die geringe Verletzungsgefahr, sowie dass die Patienten und Teilnehmer der Gruppen vor allem sehr großen Spaß an Wassergymnastik haben und sehr motiviert sind. Untertitelung des ZDF, 2020